Ja, so klein ist Münster und so klein ist die Welt. Wir sehen hier Herrn Präsident des Landgerichtes Schambad am 19. November 2016 bei der Übergabe von der Künstlerin Lucia Maria Derks, die eine gute Freundin ist und die diesen Springbok aus Feuerzeugen und Licht, ein wunderbares Kunstwerk, an das Landgericht übergeben hat. Nun war Frau Derks auch eine unserer Ehrengäste. Als wir gegen Kindesmissbrauch durch die Stadt gezogen sind, haben wir auch einmal diese liebe Lucia Maria eingeladen und es war auch wunderbar. Sie hat es sehr genossen. Ich werde einfach einen Link unter das Video an der Seite, könnt ihr gucken. Da hat Frau Derks über ihre Eindrücke beziehungsweise auf ihrer Webseite was veröffentlicht und insofern ist das eine kleine Welt. Ich finde das auch wunderbar, dass dieses Kunstwerk im Landgericht ist. Ich finde es nur nicht fair, dass ich auch nicht politische Kunstwerke angeboten habe, weil ich ja da so oft im Landgericht auch stehe, um einfach zu zeigen, dass ich als Künstler eine ganz andere Seite habe, als was ich hier hingestellt werde seit 13 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und insofern, Sie messen mit zweierlei Maß, Herr Scharmel, und das ist nicht korrekt. Mir wurde gesagt, aus welchen Gründen, pipapo. Da werde ich jetzt auch nochmal einen Link hinweisen zu dieser Vorlesung meines Briefes. Das fällt unter meine Künstlerische und auch Pressefreiheit, Pressefreiheit, da ich auch Investigativjournalist bin. Ich habe in Amerika den größten Ausstellungsbetrug in der Geschichte Marilyn Monroe aufgedeckt. Ich hatte eine Klage von 100 Millionen Dollar gegen mich. Das ist in Amerika möglich, wie Sie wissen. Und ich habe es trotzdem geschafft. In Amerika kann man sich nämlich selber verteidigen, wenn man die Wahrheit in der Hand hält. Und das hatte ich. Das kann man in Deutschland leider nicht. Und das wäre auch sehr, sehr gut, wenn das möglich wäre. Also mit diesen Worten denken Sie bitte darüber nach, Herr Scharmel. Sie können nicht so ungerecht sein und mich einfach so behandeln, wie die Justiz seit 13 Jahren macht dagegen, erhebe ich Widerspruch hiermit offiziell.